Alpbier Alpbier muss man nicht machen, weil da gibt es ja schon das Beste der Welt. Insofern haben wir überlegt, was man machen könnte. Und so kamen wir auf Helles, was eine ganz, ganz traditionelle Brauart ist. Qualität ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig gewesen bei der Überlegung, welches Bier wir machen wollen und welches es dann am Ende auch geworden ist. Also das kann man, es muss ja nicht jedem schmecken, das Hosenhell, aber auf jeden Fall kann man seine Hand dafür ins Feuer legen, dass es 1A Qualität ist. Das ist ein überlaufender Appellation, das heißt Kawa Kahn.